Das heißt nicht, dass ich in einem Kino wohne, oder so. Gibt's einen Witz vom Sterzinger, kann ich kurz erzählen. Der Raphael hat halt so gesagt, ich geh heute ins Flug und ich so, da wohne ich. Und ich meine halt die Gegend. Und er so, oben oder unten, weißt du. Er ist der Albert Cowboy Agent, ein privater Clubbing-Patient. Er ist der Albert Cowboy Agent, ein privater Clubbing-Patient. In Sachen Neuordnung des Egos. Das glaubt er jeder, den kennt. Er bucht den Nachtflug einmal täglich. Er ist der Albert Cowboy Agent. Der Albert Cowboy Agent. Es bretter, warte, 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 warte Weia, warte, warte Es hat, warte Und dann soll sie, Kapitel des Nachtflugs sein Sie allein Er fliegt den Wendekreis der jungen Frau Doch die Hand gewinnen beide nicht Sie trägt ihr definiertes Ego Und er noch hasst sein Gesicht Wer weiß, heute Nacht schlägt sie die Schlacht Und dann soll sie, Kapitel des Nachtflugs sein Und dann wird 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 sie, Kapitel des Nachtflugs sein